Der neue Chirocco, aufregend, vernünftig. Mit diesem Slogan wurde der Chirocco 2 damals beworben, aufregend, vernünftig. Klingt etwas widersprüchlich, trifft den Nagel aber doch ziemlich auf den Kopf, denn dieses Auto ist familienfreundlich, vier Sitze, großzügiger Innenraum, mehr als beim Vorgänger und dann auch noch benzinsparend, weil sportliche Aerodynamik. So viel zum Thema Vernunft, aber mit der Aufregung, leider war es erstmal nicht so weit her. 112 PS. Da steht es in stolzen Lettern DOHC16V und diese Abkürzung steht für Double Overhead Cam. Zwei oben liegende Nockenwellen und 16V natürlich für die 16 Ventile. Zwei Einlass-, zwei Auslassventile an jedem Zylinder und diese Technik, die entlockt dem 1,8 Liter Motor stolze 139 PS. Das waren immerhin 27 PS mehr als beim Achtventiler. Nur 8,1 Sekunden braucht der 16V für den Sprint von 0 auf 100 und diese Beschleunigungsorgie, die endet erst bei 208 kmh. Das sind doch respektable Werte. Ich muss sagen, da kommt schon Rennsportfeeling auf. Bis zum nächsten Mal.